Was zum Teufel hat Thailand mit Wikingern oder Ruin unter dem Mittelmeer zu tun? Oder mit Avalon? Helheimsipp. Verschiedene Mythen benutzen unterschiedliche Namen, aber es geht immer um dieselben Relikte aus der antiken Welt. Thurs Hammer Mjölnir konnte sogar Berge zermalmen. Aber was hat das alles mit Avalon zu tun? Das Reich der Furcht. Ich brauche Thurs Gürtel, um an seinen Hammer zu kommen. Und mit diesem Hammer muss ich einen Gott töten. Waffe weg, Seb, oder du bist gefeuert. Nein! Wirklich schön, dich wiederzusehen, Lara.